So, willkommen zurück in Folge 3. Ich kann mich nicht bewegen, was ist da los, weil ich am Floßrand stehe. Ups. Wir sind ungefähr, ungefähr, sind wir letztes Mal hier... Alter. Kann nicht wahr sein, dass ich jetzt hier von den Fläscherviechern kaputt gemacht werde. Ich fahre mal kurz weg. Wir sind ungefähr letztes Mal hier gestoppt in der zweiten Folge. Und ich sage ungefähr, weil ich den Spielstand versucht habe... ...nachzuempfinden, sozusagen, ja. Wir sind auf dem PC jetzt unterwegs. Ich habe meinen PC wieder zum Laufen gebracht. Es war eine Festplatte, die kaputt war, die dafür gesorgt hat, dass uns letzten Endes... ...alles kaputt ging auf dem Rechner. Also, der hat langsam gebootet, ist gar nicht mehr gebootet, Windows ging nicht mehr zu installieren und so weiter und so fort. Es ist eine neue Festplatte drin, es ist eine neue CPU mit drin. Und ja, wir sind auf dem PC unterwegs. 60 FPS haben wir jetzt hier. Ich spiele in 1080p. Könnte theoretisch auch 1440p spielen. Haben aber nicht mehr so viele Frames. Und damit es ein bisschen flüssiger läuft und es ist angenehm fürs Auge, nehmen wir das doch mit. Ich sehe es hier bei mir auf dem Kontrollmonitor quasi. Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Für euch wäre es jetzt sowieso egal gewesen, weil ich es eh nicht in 1040p oder 1040p hochladen würde. Ist eher für mich. Also, wir spielen in 1080p. Soviel mal dazu. Ich fahre jetzt einfach mal zurück. Was ich gemacht habe ist, wir haben jetzt ein Level oder zwei Level weniger. Also, ich habe mir die EP obendrauf gegeben. Ich habe mir die Sachen so weit zurückgegeben, die wir hatten. Ja, und auch die Ressourcen, die wir dann hier in der Kiste sehen. Die haben wir jetzt alle. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt hier irgendwas aufheben will, ich kann die Texte lesen. Ja, es ist nicht mehr so verpixelt. Das freut mich tatsächlich sehr. Ich habe das Spiel auf der Series S zurückgegeben. Das ging noch. Und habe das jetzt bei Steam geholt und bin da auch ein bisschen günstiger bei weggekommen. Weil ich ja schon Arx Weival Evolved habe und irgendwie ist es so ein Bundle. Keine Ahnung. Ich habe mich da nicht genau mit beschäftigt. Aber so ist es. Und wie gesagt, auf dem Kontrollmonitor sieht es wunderbest aus. Der Plan ist folgender. Ich habe ja gesagt, dass wir auf jeden Fall durch die Wolle und so auch direkt ein Schneebiom können. Und uns da ordentlich was zähmen können. Und ich würde jetzt versuchen, einen Petri zu zähmen. Und ich bin eigentlich nur gefahren, damit sich das Bild bewegt. Ich muss nämlich mal gucken. Ich habe nämlich ja nichts mehr hier geskillt. Was wir dafür brauchen? Schettin, Leder, Fasern. Okay, das Leder habe ich mir jetzt natürlich nicht irgendwie geben lassen. Also habe ich nicht daran gedacht, dass es eben mit auszufüllen ist. Aber okay. Okay, dann werden wir uns mal eben ein bisschen Leder holen. Und das Ding ist, ich habe ja Explorer Notes letztes Mal genutzt. Die nutze ich jetzt nicht nochmal. Also die sind ja wieder aktiv. Zumindest nicht bewusst. Wenn ich da mal irgendwie reinlaufen sollte. Ganz auszusehen. Nee, weil ich es einfach nicht sehe. Oder keine Ahnung was. Aber zufall. Dann ist es halt so. Aber ich gehe da jetzt nicht mehr aktiv rein in die, die wir schon benutzt haben. Übrigens, mein Lieblingskommentar war, Nico, wenn die Mutter stirbt, dann kriegst du das Baby gratis. Gratis. Also das impliziert irgendwie, als müsste ich jetzt dafür bezahlen. Man weiß es nicht. Sehr guter Kommentar auf jeden Fall. Hat mich sehr über die Kommentare auch gefreut. Ich lese sie natürlich. Und nehme auch nur einmal in der Woche auf. Für eine Stunde, anderthalb. Kredenze euch dann die Folgen. Und, ähm, ja. Dann bin ich da einmal up to date, was die Kommentare angeht. Und ich habe auch gehört, dass es auf PS5 zum Beispiel gar kein Problem ist, dieses Spiel zu spielen. Wobei ich mir da auch gerne ein eigenes Bild von machen würde, weil ich war von den Konsolen bisher noch nicht so überzeugt. Es gibt ja, auch für PC gibt es so viele, so viele Videos, wie man FPS boosten kann. Und natürlich habe ich mir die auch angeguckt, weil das ein Problem war bei mir. Wir hätten, wir könnten noch Bolas machen, ne. Dann könnten wir so ein Fiumir einfach mal schnell klatschen. Habe ich hier noch... Warum ist das hier drin? Das habe ich nicht gelernt, ne. Ist das irgendwas? Ne, müsste aber passen eigentlich. Ich war eben im Creative nämlich unterwegs, um mir eben Sachen zu geben. Aber ich habe hier noch nichts gelernt. Keine Ahnung, kann ein Bug sein. Aber, wie ihr seht, einfach um besser mal transparent zu machen. Hier ist kein Item mehr, was den Creative-Modus irgendwie darstellen könnte. Ich möchte Bolas haben. Es ist so toll mit Maus und Tastatur zu spielen. Es ist einfach wunderbar, ohne S. Und dann geht es auch. Die heißen hier nicht Bola, ne. Die heißen hier anders. Die Übersetzung ist doch so eine Katastrophe. Ja, Siva. Es sind... Wir brauchen ein paar Sivas. Natürlich. Entschuldigung. Wie konnte ich das nur vertauschen? Aber dafür brauchen wir auch Leder. Witzig. Vielleicht sollten wir dann drüber gehen und ein paar Dolos klatschen, weil hier sind keine, ne. Oder sind hier manchmal welche? Ich habe auch so ein bisschen EP runtergefahren und Farming weiß ich gerade gar nicht. Wir werden es über die Zeit anpassen und irgendwann werde ich auch ein Video dazu machen, unter welchen Raids ich quasi spiele. Und ja, wie ich dann das spiele, sozusagen. Wie sich Level 80 ist schon crazy eigentlich, ne. Das ist schon gut. Egal. Ich laufe mal eben zurück. Oh. Ja. Geh mal bitte aus dem Weg. Dankeschön. Ich habe ja eine kleine Schwäche auch für Ankis. Einfach auch, weil ich mein Zuchtvideo damals da ja auch mitgemacht habe. Das ist Level 15. Und da ja auch so coole Farben herausgekommen sind. Richtig, richtig cool. Deswegen kann ich den toll. Normalerweise ist ja arg, wenn du zähmst einfach einmal alles weg, was toll aussieht. Und was du unbedingt in der Welt haben musst. Guten Tag. Naja. Und jetzt sieht man auch toll. Oh, ja. Ja, ja, ja. Ganz toll, ganz toll. Es ist wirklich, ich habe eine unglaubliche Freude gerade an dem Spiel. Es war letztes Mal auch schon gut. Und ich finde ja arg nach wie vor auch toll. Und gerade, als ich mir auch nochmal kurz Tutorials angeguckt habe. Wir fahren mal eben rüber zu ein paar Dodos und holen da Leder raus. Als ich mir kurz ein paar Tutorials angeguckt habe, wie man sich halt EP geben kann und so. Weil der Command erst nicht funktioniert hat. Funktioniert übrigens nicht im GCM. Das war das Problem. Habe ich nochmal das alte arg gesehen. Also arg, da war wie die Wolf. Und es sieht schon viel besser aus. Es macht schon ordentlich was her. Es ist echt richtig schön, muss man sagen. Und ja, wenn ich hier in die First Person gehe beim Floßfahren, dann haben wir auch ein paar mehr Frames die Sekunde. Und das ist schon eine schöne Sache auf jeden Fall. Also es sieht ordentlich aus und so. Und jetzt mit Maus und Tastatur ist es einfach mehr, für mich zumindest, spielbar. Und natürlich könnte ich das auch an der Konsole anschließen und so. Das ist aber wie immer ein Krampf. Und das hat bei Survival Evolved auch nicht so gut funktioniert. Da hatten wir auch ein paar Folgen mit Scorch Earth und so. Und ich kann mir auch vorstellen, jetzt hier ins Bausystem reinzugehen. Vielleicht kommt da nochmal das ein oder andere Video. Mal sehen. Könnte man ja auch mal in einer coolen Kooperation machen oder so. Denn auch Doc Tendo hat er hier kommentiert. Und es ist ja mittlerweile auch wieder zurück. Da mal liebe Grüße auf jeden Fall. Haben auch bei Discord geschrieben und so. Sind da also so ein bisschen lose im Kontakt. Ich brauchte nur immer ewig, bis ich zurückgeschrieben habe. Weil ich da nicht so aktiv bin, nicht wahr? Gut. Aber es ist auf jeden Fall eine riesige Freude, das hier mit Maus und Tastatur zu machen. Und es fühlt sich auch gut an. Also jetzt, wenn ich laufe und so. Ja, wir haben ja konstant über 30 FPS. Und das ist dann schon gut so. Also Richtung 60 FPS immer. Gibt ja eh immer diese Diskussion, ne? Dass das menschliche Auge eh nicht so viel wahrnimmt. Und bla und blub und sowieso. Macht aber schon irgendwie einen Unterschied. Wäre natürlich schon cool. Immer bei 60 FPS wären. Aber dafür reicht dann die 1070 Ti nicht mehr aus. Gut. Ich wollte Dodos klatschen, ne? Aber ich sehe gerade gar keine Dodos. Das ist ein bisschen schwierig. Vielleicht hätte ich auch weiterfahren sollen, bis ich welche sehe. Bevor ich mir jetzt hier in den Wolf laufe. Ich habe auch einen Skillpunkt. Habe ich auch, ähm, ja. Zu viel in Ausdauer gepackt. Da haben wir jetzt 160 statt 150. Dadurch fehlt uns in Resistenz als ein Punkt. Das kriegen wir aber irgendwie hin. Ähm, können wir nicht auch irgendwie so ein Low-Level? Ich wollte gerade mit dem Mausrad drehen. Um meine Waffen zu wechseln. Ja, Level 20. Was hatten die so für... HP? Viel wahrscheinlich, ne? Die sind ja so tanky unterwegs. Vielleicht kriegen wir einen Para, der einfach Low-Level ist. Das wäre jetzt irgendwie gut. Leer, äh, Level 20 schon passt. Einen guten Headshot da reinballern. Spüren. Ah, ich muss die Schadensmarker noch... Also der Marker ist ja an, aber die Schadenszahlen finde ich eigentlich ganz cool. Down. Sehr gut. Ja, die Farmerates sind vielleicht auch ein bisschen hoch. Also ich will mir jetzt angucken. 84 aus einem Level 20er-Fahrer. Muss man mal gucken. Es geht ja, wie gesagt, auf jeden Fall darum, das Spiel halt zu besiegen. Und das irgendwie in einer nicht angenehmen Art, weil... Also nicht angenehmen Sinne von, dass es super easy ist, sondern in einem angenehmen Sinne von... Ja. Ich muss hier nicht mein ganzes Leben opfern. So, ein paar Sievers. Dafür brauchen wir noch Stroh. So eine dumme Übersetzung. Da ist doch auch der Doku. Und Stein brauchen wir bestimmt auch dafür, ne? Gehen wir mal direkt mit. Ja, es ist schon... Es sieht schon schön aus. Ich habe ja nochmal eben in meinem Video geguckt. Folge 1 und 2. Guckt euch das unbedingt nochmal an. Klickt einmal kurz rüber. Kommt zurück und dann seht ihr den Unterschied vielleicht. Äh, fünf Stück nur. Woran liegt das? An den Fasern. Dann holen wir uns noch... Hallo. Dankeschön. Escape funktioniert jetzt gerade hier nicht, um da rauszukommen. Was soll das denn bitte sehr? Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Wir holen uns, glaube ich, jetzt erstmal einen Petri, damit wir noch ein paar Explorer Notes mitnehmen können. Ich hatte nämlich erst überlegt, ob wir... Jetzt ist... Ach, der ist Stroh hier das Cap. Warum geht der Escape ist hier nicht? Wir holen uns einen Petri, damit wir noch ein paar Notes mitnehmen können. Ich hatte erst überlegt, ob wir mit dem Floß um die Insel fahren. Wäre auch eine Möglichkeit. Und... Ja. Machen wir nicht. Wir machen so einen ganz kleinen Run. 13 Stück. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich direkt straight up einen Petri holen, ne? Wir haben auch Betäubungspfeile. Die Frage ist jetzt, irgendwie konnte man doch jetzt so Quick Action mäßig die Pfeile tauschen. Ha. Ja, könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Ich werde es jetzt nicht googeln, weil ich ja nicht schneide in dem Format. Wie komme ich jetzt hier raus? Q halten. Okay. Das ist es nicht. Was könnte es noch sein? E. R. Oh, er. Ja. Guter... Äh... Also gut belegt auf jeden Fall. Muss man sagen. Kann ich noch laufen? Oder craftet er noch? Äh... Ne, 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 ne. Kollege, Kollege, Kollege. Da haben wir jetzt keinen Bock drauf. Er, er. Warum kann ich das nicht im Laufen machen? Weil ich die auch nicht ausgewählt habe. Ja. Steinball. Äh... Da ist nämlich letztes Mal auch was geklaut worden, ne? Er hat da unten rechts, sie ist neben meiner Hotbar, wo er, äh, was ist er noch craftet? Hm? Nicht ganz. Doch, hat getroffen. Warte mal. Ne. Das glaube ich nicht. Hat er getroffen? Ne, okay, das waren, das sind die, hinten die Federn. Ich wollte schon sagen, das geht jetzt hier wieder so los, wie bei Survival Evolve, dass du einfach triffst und da nichts passiert. Was ist denn mit dir? Jawohl. Das ist doch mal Befriedigung hier. Ja, kommen die Zeiten dann vorbei, wo ich mit einer Armbrust zusammen mit Jason und einer Lederrüstung in den Griffin aus der Luftwohle ohne Taming bin. Warum fahren wir rüber? Frage ich mich grad selbst. Ich erzähl's euch. Petri. Wir gucken mal eben auf der Pflanzenfresserinsel. Wir haben noch nichts gescoutet. Es ist unglaublich warm. Da ist der fette... Ne, das ist ein Hai. Deutsch, der fette Wal, wollte ich sagen, aber ist er gar nicht. Da ist noch einer. Auf die Neu ein. Vielleicht auch ein bisschen risky. Level... Das ist auf gar keinen Fall. Also High Level wär schon... Also High Level wär schon gut. Dann müsste ich ja theoretisch auch ein paar Berries haben. Wir haben keine Narko... Ja, gut. Hab ich jetzt auch vergessen, dass wir sowas brauchen? Ich dachte, Betäubungspfeile und los geht's. Aber so einfach ist es dann ja doch nicht. Was sagt ein Air da oben? Das ist ja cool. Cooles Fernglas. Ich möchte da hin. Dankeschön. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Aber es ist da auch probiert, dass ich das jetzt nicht sehen kann, welches Level der hat. Ist er hier der 10er? Ne, warte mal. Boah, ist das mal. Level 90. Level 90 wäre ziemlich cool. Und dafür ballern wir uns mal die Bolas hier unten hin. So, welcher von euch war das jetzt? Level 10. Level 90. Und er kommt gerade wieder runter. Und das müsste relativ schnell gehen. Und mir ist unglaublich heiß. Und ich hab noch kein Glas. Weil wir kein Zement haben. Könnten wir aber alles machen, wenn man Petri haben. Und vielleicht lade ich die Waffe schon mal durch auf Betäubungswelle. Das ist eine super coole Möglichkeit, finde ich. Dass das mittlerweile geht. Ne, das ist er nicht. Das ist er nicht. Baby, try. Cool. Level 10. Sag mal. Das ist ja auch super cool, wenn er jetzt hier mit am Start ist. Level 25. Sag mal, bin ich dicht oder was? Level 25. Oh, guck mal. Drei Generationen hier. Also drei verschiedene Stadien von den Babys. Level 10. Der war auch schon ziemlich cool aus. Aber, sag mal. Der war doch eben hier. Level 20. Ja, die machen sich doch hier lustig über mich. Was ist denn hier los? Irgendwo. Also es ist added halt viel zum Game, ne? Dass du hier Baby-Dinos hast. Es ist irgendwie... Hätte ich selbst nicht gedacht, aber es ist ultra gut. Ultra, ultra gut. Ja, wir brauchen kein Paarer. Ich weiß, es wäre schön, aber... 125 crazy. Level 25. Das scheint aber... Das ist gut. Also 125 finde ich wirklich gut, dass er hier rumläuft. Weil das war bei Evolved immer so ein Problem, dass du auf The Island keine krassen Dinos gefunden hast. Auch wenn der Schwierigkeitsgrad ganz, ganz oben war. Ich brauche mal kurz Wasser. Und das scheint jetzt zumindest jetzt hier im Ansatz anders zu sein, ne? Also das kann natürlich nicht immer noch... Kann natürlich immer noch so sein. Deswegen... Ich hatte ja auch diese Dino-Finder-Mod drin und so und... So, ich sehe es doch nicht. Level 25. Wo hat der sich denn jetzt versteckt? Also warum ich jetzt so darauf gehe, dass wir ein Level 90er vielleicht sind? Da ist er. Ja, ja. So siehst du aus. Dass du jetzt hier über dem Wasser lang schwebst, oder was? Also Level 90 wäre halt gut, damit er mehr tragen kann, ne? Das ist ja die Wahrscheinlichkeit höher, dass der schon mal ein bisschen Gewicht auch dann tragen kann. Ein bisschen was wiegen wir ja mittlerweile. Ich würde natürlich so viel... Also gerne so viel wie möglich auch mitnehmen von... Das ist nicht dein Ernst, Alter. Von dem Stuff, den wir halt haben. Der verarscht mich doch jetzt. Kannst du bitte irgendwo landen, wo noch ein paar Pflanzen sind, dass ich noch ein paar Berries farmen kann. Oh, und dass du selbst die Mädchos reindrücken. Ist der nervig, der Typ. Oder die Typine. Man weiß es nicht. Männlich. Ja. Sag ich ja. Nerviger Typ. Was ist es bei mir jetzt eigentlich, warum verliere ich dauerhaft Leben? Weil es mir heiß ist? Sinnert sich, dass wir nicht im Wasser sind? Kann aber nicht sein. Ja, zumindest geht jetzt nicht das Leben weiter runter. Solange er jetzt kein Heil kommt oder so, aber... Ey, der hat... Guck mal, der Scheiß da jetzt runter. Und fliegt die ganze Zeit über die Insel und täuscht immer wieder an, dass er runter geht. Zwei grüne Drops auf jeden Fall. So, jetzt... Die haben uns ja letztes Mal schon gut Dienste erwiesen. Wenn er jetzt gleich wieder abhebt, direkt, ne? Das Feierabend hier. War auch cool, dass angezeigt wird. Juck, kannst du bohlen damit? Nur ein bisschen aufpassen, ne? Eigentlich. Vielleicht reicht einer aus. Vielleicht reichen zwei... Ja, zwei reichen aus. Sehr gut. Äh, so, dann... Auf die drei wieder. Ich möchte nicht... Oh, jetzt liegt der in meinen Büschen. So, ja, okay. Bei Berries kriegen wir wenig raus. Da wäre ein paar Rappeläter nochmal sinnvoll. Oder ein Trike oder so. Und wir müssten auch mal das Fleisch gleich vielleicht durchbraten. So, was ist denn bei dir jetzt hier, Kollege Schnürschuh? Warum leuchtet das Gewicht? Zeichnen so auf. Was ist da los? Das war vorher nicht, ne? Dass der sich so bewegt, wenn der Arme ist? Krass. Also bin ich da... Ne, die lagen doch einfach nur platt da. Wunderbar. Ähm... Der scheint ja relativ lange liegen zu bleiben. Und theoretisch kann ich den mir doch auch markieren, ne? Irgendwie hier so? Irgendwie hier so? War das nicht mal so? Ich konnte mir die doch mal markieren. Oder war das in der Mod? Ich wollte mir den jetzt gerne markieren, um dann einmal rüber zu gehen, damit ich so ein bisschen... Aber das... Also die Bewusstlosigkeit ist jeder auch keine richtige Anzeige, wie das hier runtergeht. Dann fahren wir nochmal hier so ein paar Bären irgendwie ab. Einfach, dass der... Also Mechos waren ja, glaube ich, am besten, ne? Warte mal. Nimmt der überhaupt Bären? Oh, da ist der Fleischfresser. Irgendwas war doch da. Ne, wir hätten aber auch Fleisch. Ich kann mal eben Fleisch reinlegen. Trys ist er wert. Naja, Nahrung ist auch noch relativ hoch, ne? Also ich kann es jetzt nicht sagen, ob das tatsächlich Fleisch ist bei ihm. Jetzt habe ich ihn markiert. Ah. Weil ich jetzt was reingelegt habe, oder was? Und die Bewusstlosigkeit ist doch schon ein gutes Stück runtergegangen. Na, wir werden sehen. Ich fahre einfach weiter. Und der Taming-Fortschritt will uns ja angezeigt werden. Und auch die Bewusstlosigkeit. Das ist nämlich so ein bisschen das Problem, ne? Dass wir halt noch gar keine Narkos haben. Das wäre auch gut eigentlich, weil der Next Step wäre dann eigentlich Agentarwiss. So, und damit können wir dann richtig Action machen. Können wir uns nämlich auch ein Anki und sowas halt einfach in der Taming-Box ziehen. Ich sterbe schon wieder. Warum? Was ist da los? Ich habe Hunger. Lagerfeuer. Lagerfeuer. Einfach mal ein Lagerfeuer jetzt nebenbei aufbauen. Ich glaube nicht, dass es, dass es, äh, Fleisch ist, oder? Das wäre doch schon hochgegangen mit dem, mit dem Taming-Fortschritt. Kann mich auch täuschen. Also offensichtlich. So, Holz rein. Ab geht er, der Peter. Richte ich hier, dass du denn so macht man, äh, Feuer. Haben wir gelernt. Seven vs. White. Hat mir schon alle gesehen hier. So macht man das. Dann brennt nämlich der kanadische Wald auch ab. Es ist Fleisch. Fleisch, Fleisch, Fleisch. 44 Level oben drauf. Ja, das würde ja nicht bleiben. Schade, ey. Weil letztes Mal, wir hatten noch ein, richtig viel Matten, äh, dabei. Durch das Schaf. Und das wäre natürlich... Ja, reicht sich zusammen jetzt hier. Das wäre natürlich richtig gut gewesen. Äh, hätte ich aber auch da nicht auf der Pfanne gehabt, ne? Also habe ich gar nicht, ja, gecheckt, dass das halt das Ding ist, was wir hier brauchen. Kann ich das nicht irgendwie so straight up mit dem Tee? Ja. Das ist halt auch das Coole, ne? Dass du halt Shortcuts hast, ähm, und die Navigation durch, durch die Menüs und so. Ist halt schon krass, weil, stell dir mal vor, das Spiel ist irgendwie WoW oder so mit einem Controller. Da würde ich auch durchdrehen. Ja. Muss nochmal gucken. Dass das Mikrofon an ist. Das ist ja auch ein häufiger Fehler, ne? Dass ich das mal vergesse. Ganz zufällig. So, da geht unser Leben hoch. Was ist hier los? Naja, der macht's halt, ne? Also... Da ist tatsächlich... Da muss ich nochmal gucken, wie hoch ich die Raten eingestellt habe fürs Taming. Ich habe mich ja, wie gesagt, in einem Video orientiert. Das habe ich eben auch nochmal gemacht, weil ich ja alles neu einstellen musste. Und, äh, das Ding ist, dass ich beim Taming so ein bisschen mir denke, ja, eine halbe Stunde, also die Folge so ungefähr so eine halbe Stunde sein, ja? Wenn ich eine halbe Stunde brauche, um einen 150er Dino zu sehen, Rex, Theri oder so, also diese richtig krassen Dinger, dann ist okay. Deswegen, das muss jetzt bei einem Petri hier gar nicht so lange dauern, bin ich der Meinung. Na, weil es gibt einfach so... Kann man auch vielleicht in der Serie anpassen. Je weiter man kommt, das, ähm, ja. Ne? Also am Anfang dann so ein Petri doch noch ein bisschen länger dauert. Und je weiter wir voranschreiten, der auch gar nicht mehr so wichtig ist fürs Spiel, dass man dann sagt, komm, geht schneller. Könnte man machen. Oder man sagt halt einfach, okay, wenn ich jetzt direkt zähme, dann ist eine halbe Stunde okay und passt es einfach schon von vornherein an. Muss ich mal gucken. Da habe ich mir noch nicht so viele Gedanken zu gemacht. Äh, Narcoburries haben wir aber 25. Das ist gut. Und dann hoffe ich mal aufs Gewicht. Was haben wir denn aktuell für Gewicht am Start? Wir können so ein paar Sachen rausschmeißen. Wir sind selbst bei 102 und der war irgendwie auch... Check nicht, warum das Gewicht auch bei ihm so beladen war, gerade ehrlich gesagt. Also warum erst mal das vorangezeigt worden ist, dass es geblinkt hat. Und er hatte ja selbst nur 130. Muss man ein bisschen hoffen, dass die... Ja, ist noch in Ordnung. Dass die Level dann noch ein bisschen hochgehen da. Und er uns tragen kann. Beziehungsweise, wenn wir die ersten Nodes anfliegen mit ihm, dann ist es auch nicht so das Problem mehr. Ja. Und aktuell... Es ist auch gut geregelt, ne? Ich weiß gar nicht, ob das auch schon war. Es ist eine andere Anzeige, auf jeden Fall, dass wir jetzt... Einmal der innere Kreis ist ja der Taming-Fortschritt. Und der äußere Kreis ist ja dann, wie lange er noch liegt. Also da, wie lange er noch betäubt ist, ne? Das ist ja die Anzeige. Das ist ja das, was es aussagt. Und wir laufen auch in die erste Nacht rein, ne? Da bin ich jetzt auch gespannt, wie lange die gehen wird. Weil... Arc ist da immer so ein bisschen kryptisch mit der Beschreibung, wie man jetzt die Zähler umstellen soll, damit... Sauber, okay. Okay, also wahrscheinlich muss er noch ein, zweimal fressen, dann haben wir ihn auch. Ähm... Ich hab natürlich hier absolut geil geparkt. Ah! Jetzt sind wir einmal raus. Äh, das Unterschiff so ein bisschen lidiert war, oder unser Floß, das hab ich jetzt nicht rekonstruieren können. Also... Wäre wahrscheinlich gegangen. Ah, das ist ja auch cool, wenn man auf ihn drauf guckt. Ey, super cool. Ich muss ja nicht mal mehr vom Weipen gucken. Ja, ist okay. Ich dachte gerade, ich vergleiche es gerade mit so anderen Survival Games und das wirkt halt wie so eine Tech-Geschichte, dass man auch von Weipen sehen kann, ob sie, ähm... Also, ne, wie der Taming-Fortschritt ist und wie die, wie hoch die Effektivität ist und so. Aber ist schon gut so. Also ist ja super Quality of Life einfach. Ich find's gut. Geht denn jetzt... Ja, die, die Wunschlosigkeit geht wieder hoch. Wir haben bei zweimal haben wir gerade... Bei zweimal fressen haben wir 40% gebraucht davon und dann können wir einfach... Was machen wir jetzt? Ist doch die nächste Frage. Naja. Equipment sortieren so bis... Ah, den Sattel craften. Eieieiei, guck mal. Das ist wichtig, sag mal gar nicht. Äh, G-Din haben wir Leder. Dafür war ich doch los. Dafür hab ich doch die Bolas gemacht. Leute. Warum sagt denn keiner was? Ich habe doch extra die Bolas gemacht, damit wir uns Leder holen können. Ich baller dem... Nee, das schafft er alleine, oder? Ach, komm. Wir holen uns auch mal nochmal einen Para, der dann für uns was da zweckmäßig zähmen kann. Äh, farm kann, meine ich. Zähmen. Wäre auch geil, wenn du einfach so einen Para losschickst und er zähmt dir einfach die ganze Welt durch. Gerne geschehen, Wildcard. Da habt ihr euren nächsten Dino mit der nächsten Fähigkeit. Da ist die passive, dass er einfach zähmt. So, Leder wollten wir uns holen. Jetzt hab ich schon wieder vergessen, wie viel ich brauche. Man kann irgendwie das auch tracken, glaube ich. Wie viel man braucht. Da hab ich was von gelesen oder mal gesehen. Track. Siehste. Auch geil. Und Chitin, ne, haben wir hier in der Kiste. Da haben wir ja aus dem Loot Drop 114 rausbekommen. Wir haben auch noch Kristall. Glas machen wir uns noch nicht, weil wir kein Zement haben. Zement könnten wir uns aber auch holen, sobald wir fliegen können. Dann ist das nicht mehr so das Ding. Ja, das mach ich auf gar keinen Fall. Ich bin ja nicht dumm. Also jetzt im Bronto, da die Bowler auf das Fiumia schmeißen und dann anfangen zu schießen, das ist Selbstmord. Da brauchen wir nicht drüber reden. So, welches Level haben wir hier, Monsieur? Level 60 zu Level 100. Was passiert denn jetzt? Das ist doch auch mal eine Frage. Was passiert denn jetzt? Ist der... Er haut ab, okay. Weil manchmal werden die auch aggressiv, ne? Ja, komm. Guckst dem Tod aber auch ins Auge, du. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das... Haben wir natürlich alle nicht gesehen. Das sah ja ganz gemein aus. Hallo. Oh, ich wollte sie schnell schmeißen. Ich wollte sie schnell schmeißen. Ich wollte sie schnell schmeißen. Ich kann auch springen, aber... Oh, nicht den... Oh, Stego ist schlecht. Komm, wir gehen mal auf einen anderen. Ist das der 150er oder was ist hier? 125? Ja, Wisser. Oder? Ja. Dann würde er ein bisschen mehr brauchen. Aber das sind ja Bilder gewesen, die einen da bis in den Schlaf verfolgen. Sag mal. Haben wir's? Wie sieht das fies aus, Alter? Genau zwei fehlen, ne? Wem gehört das? Ja. Ähm... Aber das ist unbefruchtet wahrscheinlich, ne? Hm. Ja, das ist nicht so wichtig. Petri ist auch fast durch. Bin jetzt gespannt, wie der Nacht auch wieder die FPS aussehen. Wir machen... Wir arbeiten auch mit Gamma, ne? Das ist klar einfach, damit ihr auch was sehen könnt. Ähm. Und ich. Und ich mich nicht beschwere, wie von vor drei Jahren oder so. In den Streams. Ich nehme keinen Gamma. So dumm, Alter. Also ich hatte einen Punkt, so, ne? Ist halt ein Survival-Game und dann will ich irgendwie auch, dass es dunkel ist, aber ich mag die Nacht auch in Arkt nicht und so. Ähm. Ja, weil du sie nicht überspringen kannst, ne? Wie in der Minecraft oder so. Und es ist ja auch nicht so wirklich was zu tun gibt in der Nacht. Oder? Also halt außer... Oh, wie heißen denn diese kleinen, diese ganz kleinen Raptoren, die einen immer super doll nerven, weil sie so aggressiv werden und dich zu dritt auseinander sehen? Werden wir auch noch sehen? Bestimmt hier im Durchlauf, aber... Ne, ich denke, man weiß, was ich meine. Keine... Es ist kein Mikroraptor auf jeden Fall. Das sind so kleine andere Mistdinger und die kannst du ja irgendwie nur über eine Opferzähmung sozusagen kriegen. Und die sind ja nachtsaktiv, aber bringt dir ja auch nichts. Das Muster sieht so cool aus eigentlich, ne? Oder jetzt mal ehrlich, sieht auch einfach wie hier, äh... Ja, dieses Skelett-Kostüm, ne? Oder wie der Fortnite-Skin und so. Das ist ja super cool. Level 15. Dich nehmen wir mit. Ja, Nacht sieht auch schon schön aus. Man muss es einfach sagen. Es ist ein schönes Spiel. Und damit haben wir den Sattel fertig. Und können wir in der Runde durchcraften gehen. Oh, oh... Yo... Digga, es ist schon... Es ist schon cool. Es ist schon cool. Also das ist so... Gottlos schlecht optimiert ist das Spiel, ne? Das ist super uncool und dass du wirklich gefühlt wieder hier den NASA-Rechner brauchst, damit überhaupt irgendwas geht. Ähm, erste Nacht übrigens jetzt. Aber es sieht schon cool aus. Und es ist irgendwie das gleiche Game. Wenn man spielt sich anders, ist das echt krass. So, und seitdem ich nicht mal... Oh, warte mal, hast du das? Das sah auch cool aus, da warst du gerade. Ah, ja. Ah, ja. Ja, unter Wasser wird mich wieder komplett brechen. Ich kann mir jetzt schon sagen, da kickt dann wieder die... Die halbe Phobie rein. Äh, können wir diskaden einmal und dann stellen wir uns den doch einmal her. Was haben wir denn da? Fasern. Check ich auch nicht. Fasern kriegen wir da irgendwie 1200 raus. Das hast du sonst nie rausgekriegt. Da brauchst du immer diese Sichel für. Und, äh, jetzt hast du es einfach so easy gemacht, ne? Dann fahren wir einmal rüber, weil wir sind faul und schwimmen nicht. Nicht zu viele Kalorien verbrennen hier. Wenn ich das auch noch vom Fleisch fallen. Und, ah, Nacht geht aber gut, ne? Wenn die jetzt so bleibt, wenn es nicht dunkler wird, ist die Nacht aber auch gut jetzt. Also, finde ich. Nicht zu dunkel. Aber dunkel. Kannst noch was sehen und so. Und es ist, glaube ich, auch durch diese Nordlichter quasi. Äh, dann gut gelöst. Yes! Cool. Fleisch haben wir auch am Start. Kann ich jetzt ein bisschen was essen. Das ist wichtig. Und wir haben... Den Petri. Und wir haben 158 Gewicht. Und das wird, glaube ich... Nicht reichen. Nee, wir können abheben, aber das war es dann. Wie viel haben wir denn drüber? Von gut. Bis zum nächsten Mal. Ja.